Ja, unten rechts an dem runden Ding bitte die Geschwindigkeit höher drehen. Ja, die Basis, wir 2020, Weltrettung und Deutschlandrettung, wie geht das? Großer Überblick über alles. Mal wieder so ein Versuch, so mal auf die Schnelle, die ganze Welt zu erklären. Und das jetzt im Kontext von die Basis, wir 2020, neue große Volkspartei, 56 Prozent, die Next Scientists for Future erreichten in einer simulierten Bundestagswahl 56 Prozent und die würden sie gerne auf die Basis, auf wir 2020 oder eine Fusion aller neuen Parteien oder aller kleinen Parteien übertragen. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Welt an. Nehmen wir doch mal so einiges als Hinweise. Hier, World's Council of Unser Weltrat, unser Arbeitskreis Next Scientists for Future. Ja, ganz kurz hier der Blick nur aufs Wesentlichste. Ja, vor 13,8 Milliarden Jahren Entstehung dieses Universums. Viele kleine Details, aber letztendlich vor 400.000 Jahren, hier beginnt dann sozusagen die Erfindung von Tauschhandel und Markt. Und das hat uns das Genick gebrochen. Kurz gesagt, die Evolution verlief zu unserem Schaden, weil wir sozusagen Gutes tun nicht gezielt belohnt haben. Und Tauschhandel und Markt können nur funktionieren, wenn man Gutes tut, gezielt belohnt. Wenn man das nicht tut, kommt automatisch das Schlechte heraus. Warum kommt automatisch das Schlechte heraus? Weil sozusagen jeder Tauschhändler dann am meisten verdient, wenn ich unglücklich werde, wenn ich krank werde, kann er mir mehr verkaufen an Behandlungen. Wenn ich unglücklich werde, kann er mir mehr verkaufen an Konsumgütern. Ich werde kaufsüchtig, esssüchtig, drogensüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, süßigkeitsüchtig oder was auch immer. Und deswegen setzen sich dann sozusagen vorteilbringende Irrtümer durch. Killer-Viren des Geistes, parasitäre Meme, die letztendlich unser aller Leben zerstören. Die parasitären Meme, also der Händler, der Sozialspaten, also die Sozialspatler entwickeln parasitäre Meme, die dann in die Gesellschaft eindringen, uns alle geistig verwirrt machen sozusagen und uns in vorteilbringenden Irrtümern uns bewegen lassen, aufgrund dessen wir pseudosoziale und pseudolinke Konzepte für sozial und links halten. Und in Wirklichkeit sozusagen zerstören wir damit den Zusammenhalt der Gesellschaft, indem wir Massen an Arbeitslosen erzeugen, die dann ja wieder Kundschaft für die Sozialspatler sind und für die NGOs und so weiter. Und ja, also sozusagen Markt und Tauschhandel funktionieren grundsätzlich nicht und bringen lauter unerwünschte Ergebnisse, nämlich, dass Menschen Schlechtes tun, aber nicht, weil sie schwarze Schafe sind. Es gibt einige schwarze Schafe, die kriminell gegen den Rest der Welt handeln, aber die Masse der Menschen irrt sich einfach, sie übernimmt irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer der Kollegenschaft oder sie übernimmt dann auch von Sparten. Wir werden ja auch infiziert von parasitären Memen, von Killerviren des Geistes, die aus ganz anderen Sparten als unserer eigenen Sparte stammen. Also wir haben einen öffentlichen Raum, in dem es eine Durchseuchung mit solchen Killerviren des Geistes, solchen parasitären Memen gibt, wobei diese Irrtümer nur vorteilbringend sind für die jeweilige Sparte, in der sie zu Beginn eine Verbreitung gefunden hatten. Also die Sozialsparten, ihre vorteilbringenden Irrtümer, die typischerweise im Endergebnis dazu führen, dass es Massen an Kundschaft gibt, nämlich Massen an Arbeitslosen, an Dauerarbeitslosen, Massen an Obdachlosen, Massen an Sozialverwahrlosten, um die man sich kümmern kann. Die NGOs, da haben wir ja auch ein Beispiel dafür, mit denen wären wir ja auch bereit gewesen zu kooperieren. Aber letztendlich auch diese NGO, jede NGO müssen Sie sich vorstellen als etwas, was vorteilbringende Irrtümer entwickelt, an die sie selber glauben, die dazu führen, dass die Masse der Bürger spenden soll an für alles Mögliche, für die Tiere, die Welt, hier das Klima, die Weltrettung und so weiter. Und dafür sollen die Bürger spenden und dieses Geld fließt dann teilweise aus, raus, aus Deutschland raus, macht Deutschland ärmer, zerstört die deutsche Volkswirtschaft und hilft den anderen Staaten der Erde. Es ist quasi so eine Art Agenda. Die NGOs verhalten sich als willige Helfer sozusagen der anderen Staaten, die ja ein Interesse daran haben, möglichst viel Geld aus Deutschland, aus der USA und so weiter herauszuholen und umzulenken auf diese anderen Staaten sozusagen. Und dieser Prozess, den machen die, der läuft bei den NGOs mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, ihren eigenen Killerviren des Geistes, mit dem sie die Menschen infizieren damit, dass es irgendwie mit den Irrtümern, dass es für uns alle unendlich wichtig sei, alle möglichen Lebewesen auf der Erde zu erhalten, anstatt nur die für uns nützlichen zu erhalten. Und die, die wir brauchen, damit die Natur weiterhin gut funktioniert, in unseren Diensten als Garten Eden sozusagen. Und ja, letztendlich verdienen dann diese NGOs sehr gut, da die Geschäftsführer und die Mitarbeiter kriegen gute Gehälter dafür, weil sie natürlich von den eingesammelten Spenden immer sehr viel auf sich selber abzweigen sozusagen. Teils legal, vielleicht auch teils illegal. Es gibt ja Fernsehberichte, die ganz klar zeigen, dass NGOs in der dritten Welt aktiv erst die Probleme schaffen, für die sie dann einen Vorwand haben, dann Spenden zu sammeln. Das bringt uns zu dem Punkt, dass wir natürlich nachher auch nochmal darüber reden müssen, wie wir diese Not in der dritten Welt, wie die beendet werden kann, woher die kommt. Ja, letztendlich, ja, ich gehe nochmal hier zurück. Also, was ist noch passiert in der Welt? Ja, wir Menschen haben, wo vor 400.000 Jahren so ähnlich gelebt wie die Bonobos heute noch, in solchen Nachbarkommunen sozusagen, liebevollen Nachbarkommunen. Und wir waren wahrscheinlich noch viel pazifistischer als die Bonobos, weil wir sozusagen Pazifismus mit einem, ja, ungefähr zwei-, dreimal größeren Gehirn praktiziert haben vor 400.000 Jahren als die Bonobos und deswegen wahrscheinlich noch pazifistischer, noch liebevoller, noch friedlicher waren. Und das, was wir auch so den Bonobo-Kommunismus nennen. Und ja, dann eben, nachdem wir Tauschhandel und Arbeitsteilung erfunden hatten und nicht verstanden hatten, dass das nur gut gehen kann, wenn man starke, positive Anreize setzt, wenn man also jetzt im Rahmen von Tauschhandel und Markt Gutes tun gezielt belohnt und zwar kräftig belohnt, weil sonst sozusagen, ja, ich mache mal nur ein Beispiel, wenn Sie Kriege fördern, wenn Sie Kriege fördern, verdienen Sie als Waffenhändler mehr. Und wenn Sie jetzt also irgendeinen vorteilbringenden Irrtum entwickeln, egal wie der aussieht, ist ganz egal, Hauptsache der führt dazu, dass sich Leute irgendwo in der Welt die Köpfe einschlagen, dann können Sie als Waffenhändler wieder mehr verdienen. Also diese Gefahr, dass also sozusagen vorteilbringende Irrtümer sich ausbreiten können, besteht, solange sie keinen positiven Anreiz setzen. Und wie heißt es positive Anreize setzen? Wie kann man also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize? Ja, indem jeder Waffenhändler nur noch dann am meisten belohnt wird, indem er als umdefiniert wird, als Friedensförderungsfirma und er nur noch dann auf dem Markt überleben kann durch Verdienstzuschüsse, wenn sich jedes Jahr weniger Menschen auf der Erde die Köpfe einschlagen. Ja, Sie müssen also einfach messen in allen Krisengebieten, wie viele Tote gibt es, wie viele Getötete, wie viele Verletzte und so weiter. Und je weniger es davon gibt, desto mehr positive Anreize beziehungsweise Verdienstzuschüsse und andere Dinge müssen Sie an die jeweiligen Waffenhändler, die sich zuständig erklärt haben für bestimmte Krisengebiete zum Beispiel, müssen Sie dann ausschütten. Und dadurch lenken Sie sozusagen die Friedensförderungsfirmen in eine wirkliche Pazifismusförderungstendenz hinein. Nein, tun Sie das nicht, entwickelt sich automatisch die Tendenz hin zur unbewussten, nichtbewussten Kriegstreiberei. Wie gesagt, es wird einige schwarze Schafe geben, die das bewusst und absichtlich machen, die irgendwelche Leute in kriegerische Handlungen zu manipulieren. Aber der Großteil wird einfach bestimmte vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, die er glaubt und aufgrund dessen es dann zu Kriegen kommt und anhand von denen man dann wieder verdienen kann. Oder denken Sie nur an den vorteilbringenden Irrtum. Zuckerwaren sind genauso gesund wie süße, reife Früchte. Ja, dann, wenn Sie das glauben als Irrtum, ja, und dieses parasitäre Mem, diesen Killer-Virus des Geistes, wenn es Ihnen gelingt, den in die gesamte Gesellschaft auszubreiten, dann wird sich die ganze Gesellschaft krank essen und wir haben eine chronisch kranke Gesellschaft, die nicht mit 127 stirbt, sondern mit 87 stirbt, 40 Jahre zu früh, sozusagen, weil sie eben alle chronisch vergiftet sind durch diese Zuckerwaren und so weiter. Ja, also Sie sehen, und das kann man nur kontern, indem man positive Anreize setzt, nämlich sozusagen die, ja, letztendlich die Supermärkte belohnt, je seltener die Kundschaft krank wird, die dort einkauft. Ja, genauso bei Restaurants und so weiter. Ja, ja, also ich hoffe, Sie verstehen den Grundansatz. Markt- und Arbeitsteilung ohne gezielte starke positive Anreize sind grundsätzlich führend zum Ruin der Menschheit. Und das führt dann dazu, dass wir dann zum Beispiel in aller Welt eine Körperfeindlichkeit bekommen haben. Denn, sozusagen, wenn ich sage, oh, Körperkontakt, und wenn ich das als vorteilbringenden Irrtum glaube, und dieser vorteilbringende Irrtum als parasitäres Memo und Killer-Virus des Geistes, alle Menschen infiziert auf der Erde, dann werden die den Körperkontakt mit den Babys reduzieren, aber auch den sexuellen Kontakt zu anderen. Ja, also alles, was mit Körperkontakt zusammenhängt, wird dann reduziert werden, weil das ist ja Igittigit, das ist ja gefährlich, schlecht und böse. Und wenn dieses Killer-Virus des Geistes einmal um die ganze Welt gegangen ist, dann werden alle Menschen weniger stillen, weniger Körperkontakt, alle Mütter weniger Körperkontakt mit Kindern haben und dadurch kommt das nicht mehr zu dem genetisch verankerten Grundsignal, aha, es ist ein Baby da, so jetzt mal die nächsten Jahre kein weiteres Baby mehr, weil wenn die Kinder acht, vielleicht acht Jahre, zehn Jahre, wer weiß wie lang, keine Ahnung, wir wissen ja den Naturzustand nicht mehr, also wenn die Kinder jahrelang am Körper der Mutter aktiv sind, an der nackten Haut, an der Brust der Mutter rumspielen und aktiv sind und das alles völlig natürlich geschieht, dann kommt es zu einer natürlichen Empfängnisverhütung und die verhindert normalerweise bei hochentwickelten Säugetieren dann die Überbevölkerung. Dadurch, dass wir aber alle durchseucht sind von dem Killer-Virus des Geistes, Körperkontakt ist schmutzig, schlecht und böse, funktionierte diese natürliche Empfängnisverhütung nicht mehr und wir bekamen zu viele Kinder. Außerdem hat die Natur noch in ihrer Weisheit noch ein Mechanismus evoluiert. Es ist sozusagen hier, ja, ich gehe mal hier hin, es ist hier, also wenn hier in einer Kommune Babys geboren werden, dann haben die Menschen genetisch, wie viele andere Säugetiere auch, ich erinnere noch mal an die Schweine, wenn da irgendwas mit dem Wurf nicht stimmt und nicht passt, dann frisst die Mutter einfach diesen Wurf wieder aus, also auf und also energiesparend sozusagen werden die Kalorien wieder aufgenommen und sie bekommt dann später einen anderen Wurf und wenn damit alles stimmt, dann widmen sie sich dem Wurf liebevoll und zieht die Kinder alle auf. Das heißt, in der Natur geht es immer um die Frage und wir konnten zwar keine Daten finden, dass also Menschenmütter jetzt ihre Babys aufgefressen hätten, so wie das die Schweine machen, so ganz natürlich, aber was wir Berichte finden konnten, ist, dass Menschenmütter im Naturzustand Babys aussetzen, also dem Sterben überlassen. Schweren Herzens zwar, aber wenn irgendwas nicht passt, dann haben offensichtlich Menschenmütter die Fähigkeit, die genetische Fähigkeit Schluck Wasser parallel zu den Schweinen sozusagen sich gegen diese Neugeborenen zu entscheiden. Also wir haben zwei Mechanismen in der Natur, wie wir Überbevölkerung verhindern konnten. Langes Stillen, langer Körperkontakt, Reduzierung der Geburtenfrequenz, vielleicht auf zehn Jahresabstände oder acht Jahresabstände, keine Ahnung, wir wissen es ja nicht, wir kennen ja den Naturzustand nicht mehr. Wir wissen ja nicht, welche Geburtenabstände die Menschen, unsere Urgroßeltern vor 400.000 Jahren hatten. Wissen wir ja nicht. Und dann wissen wir auch nicht genau, ob die vor 400.000 Jahren die Neugeborenen, die Störten aufgegessen haben oder ob sie sie nur ausgesetzt haben. Das wissen wir auch nicht so genau. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit. Also wir können, die NGOs sagen uns, wir können Überbevölkerung in den Griff kriegen und das Leid in der dritten Welt in den Griff kriegen, indem wir an sie spenden. Dann verdienen die Geschäftsführer der NGOs gutes Geld. Übrigens auch Fridays for Future, die ja auch in dieser Richtung wahrscheinlich Spenden gesammelt haben, gehe ich mal stark von aus, ja, wo sind sie, ja. Die haben sicherlich auch Spenden in dieser Richtung gesammelt und dann Gelder, ich weiß von einzelnen Geldern, die Greta Thunberg als Preise bekommen hat, die hat sie dann in die dritte Welt gespendet. Also es fließt dann immer, fließt Geld von den reicheren Ländern in die ärmeren Länder. Ja, und das ist ja das, also die NGOs treten mit den vorteilbringenden Irrtümern an. Es ist gut für uns, wenn wir ärmer werden und die anderen reicher werden. Ja, und das ist kritisch zu sehen, natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht. Aber die NGOs-Geschäftsführer verdienen daran gut und deren Mitarbeiter verdienen auch nicht schlecht daran und so weiter. Ja, und die Grundidee, der vorteilbringende Irrtum, das Killer-Virus des Geistes der NGOs ist ja letztendlich, wir müssen die armen Menschen in der dritten Welt füttern. Damit füttern wir also die Mutter, dann bekommt die Mutter ein Baby, das ist auch wieder vom Hungertod bedroht und dann füttern wir dieses Baby, dann kriegt dieses Baby als Mädchen später wieder eigene Kinder und dann füttern wir die wieder. So können wir unendlich lange füttern, bis wir alle selbst total arm sind, bis wir alle pleite sind und haben dann eine Armee von Leuten, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Lebensunterhalt selber zu verdienen, sondern die auf Fütterung von außen angewiesen sind. So, ist das ein sinnvoller Zustand der Erde? Nein, dann haben wir nämlich auch eine Massenüberbevölkerung und so weiter. Es ist doch viel sinnvoller, dass überall in der Welt jede Mutter wieder die totale Erlaubnis bekommt, das Kind am nackten Körper, egal ob sie es 20 Jahre am nackten Körper haben will oder 30 Jahre oder 5 Jahre oder 7 Jahre, dass jede Mutter wieder die Erlaubnis kriegt, am nackten Körper Körperkontakt zu haben mit den Kindern, solange sie lustig ist. Solange bis die Mutter selbst ein genetisches Programm hat, vielleicht die Kinder von sich aus abzustillen. Denn die Kinder werden, glaube ich, von sich aus sich nicht selbst abstillen, sondern es ist immer das Interesse der Mutter, eventuell noch ein weiteres Kind in die Welt setzen zu wollen, weswegen sie irgendwann die Kinder abstillen. Also irgendwann, es sind immer die Muttertiere, die die Kinder abstillen. Und die Kinder wehren sich meistens dagegen, abgestillt zu werden in der Evolution. Also gehen wir davon aus, dass die Mütter, auch die Menschenmütter, irgendeinen genetischen Zeitpunkt, dass es da irgendeinen genetischen Mechanismus gibt, wann sie die Kinder von sich aus abstillen wollen. Aber das sollte ohne Durchseuchung mit Killerviren des Geistes, ohne parasitäre Meme und frei von Vorteilbringenden Irrtümern irgendwelche anderen Sparten, die da irgendwas verdienen möchten, geschehen. Ja, und das bedeutet dann letztendlich, dass wir also als neue Mechanismen die Weltprobleme zu lösen haben. Lange Stillzeiten, intensivster Körperkontakt zwischen Mutter und Kind, dadurch drastische Reduzierung der Kinderzahl für jede Mutter, weil die Geburtenabstände wesentlich höher werden, vielleicht bis zu zehn Jahren, schätze ich mal, in dieser Größenordnung. Und weil, und dann, dass die Mutter wieder das Naturrecht bekommt, wir erweitern das linke Frauenemanzipationskonzept, mein Bauch gehört mir, dieses linke Konzept erweitern wir und machen wir es noch linker und noch, noch, ja, linkslastiger sozusagen, indem wir sagen, mein Bauch und mein Neugeborenes gehören alleine mir und das wird das neue Recht für jede Mutter. Und dann, natürlich würden wir dann, dass die Kinder auf ganz sanfte, mit einem Glücksrausch, mit einem Drogenglücksrausch sozusagen, würde das Kind glückselig gemacht werden und dann ganz glückselig einschlafen mit den modernsten Mitteln, die da möglich sind, sodass das Kind überhaupt keinen Schmerz empfindet, sondern einfach nur, ja, ganz, ganz glückselig sozusagen, nicht mehr weiterlebt sozusagen. Und so kriegen wir die Überbevölkerung in den Griff, so kriegen wir die Bevölkerung reduziert, weil alle anderen Konzepte, zum Beispiel dieses Konzept, was von vielen genannt wird, erhöhe die Konsumsucht, erhöhe den Konsum, erhöhe den Reichtum im Lande, damit den Ressourcenverbrauch und die Umweltverschmutzung und dann gibt es irgendwann weniger Kinder, weil dann eben irgendwann der Mechanismus greift, dass dann irgendwelche Irrtümer sich ausbreiten, die dann dazu führen, dass unsere erfolgreichen Frauen gar keine Kinder mehr bekommen und wenn das dann überall um sich gegriffen hat und die Frauen alle unglücklich sind und gar keine Kinder mehr bekommen und so weiter, dann gibt es weniger Kinder. Dieser Mechanismus der Weltbevölkerungsreduktion ist mit so viel Leid gespickt, dass wir den ablehnen. Da ist es viel weniger leidvoll, wenn wir sozusagen die Mütter auffordern, ganz Körperkontakt mit den Kindern so lange wie möglich zu haben, damit die Geburtenabstände riesig werden, die Geburtenabstände riesig werden und indem wir den Müttern, indem wir die linke Position ausbauen, nämlich nicht nur mein Bauch, sondern auch mein Neugeborenes, gehört ganz allein mir und diesen glückseligen Weg, dass Kinder aussetzendes erlauben und dazu anregen. Und so haben wir dann keine verhungernden Kinder mehr in Afrika, in keinem Teil der Welt mehr, weil alle Mütter, die sich selbst nicht ernähren können und auch keine Babys ernähren können, dann sich gegen die Babys entscheiden werden, wenn das Motto heißt, überall auf der Welt, auch bei uns mit Hartz-IV oder Mini-BG-Bedingungslosen Grundeinkommen oder Mini-Hartz-IV, wenn wir sagen, wir ernähren die Mutter, aber Kinder ernähren wir grundsätzlich nicht. und wenn wir dann dafür sorgen, dass also sozusagen diejenigen Kinder bekommen, die die Kinder auch ernähren können, die denen was bieten können und wenn wir das gezielt fördern und dafür sorgen, dass wer keine Arbeit hat oder keinen guten Verdienst hat, dass der dann auch keine Kinder kriegt. Wenn wir da die natürliche, die Natur herstellen, in der Natur, bekommen immer nur die leistungsfähigsten einer Kommune, bekommen Kinder und Zeugen Kinder. Und es ist völlig wieder natürlich, wenn sozusagen die leistungsschwachen Kinder in die Welt setzen, denn die sind ja in der Natur, werden die sowieso nur zum Aussterben bestimmt und zum Sterben bestimmt. also haben die natürlichen Arten der Natur alle Mechanismen eingebaut, mit denen sie im Wesentlichen dafür sorgen, dass nur die leistungsfähigsten der jeweiligen Gruppen überhaupt Vater und Mutter werden können. Die Mütter, da können wahrscheinlich mehrere, aber entscheidend ist das dann, denken Sie nur an die Hirsche, die sich ja nur, wo die Hirschkühe sich ja nur verpaaren mit dem leistungsfähigsten Männchen der Region, also wird da, also von den Männern wird eigentlich bei den Hirschen nur einer Vater. Und bei den Bonombos ist es zwar so, dass alle miteinander liebevollen Sex haben, aber die genetischen Mechanismen von Frauen und Männern sind alle so geschaltet, dass am Ende die Frauen nur Kinder bekommen von den wenigen hochleistungsfähigen Früchte-Schenkern und Nahrungsfindern der Gruppe, also nur von ganz wenigen Männern, tatsächlich die größte Anzahl aller Kinder resultiert. Und dass ein nicht leistungsfähiger Mann mal bei dem vielen sechsmal Vater eines Kindes wird, ist die absolute Ausnahme. Ja, und genau so Lernen von der Natur heißt das. Ja, wir müssen lernen von der Natur. Und diese ganzen, sozusagen, und Lernen von der Natur heißt auch, dass man sich freut über jeden, jede Zuwanderung hier, zum Beispiel, wenn das hier Nordeuropa ist, Südeuropa, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Australien und so hier China, Russland und so weiter, ja. dass es natürlich für uns gut ist, ganz im Gegensatz zu all diesen Nazis und Rechtsradikalen, ja, dass es gut ist, wenn eine schwarzafrikanische Medizinwissenschaftlerin zu uns kommt und uns befruchtet, aber bitteschön sozusagen im Einwanderungsvertrag und Einwanderungsgesetz muss also stehen. Sobald sie ein Kind bekommt von jemandem mit Migrationshintergrund, müssen sie und der Vater, soweit er identifizierbar ist, sofort Deutschland verlassen, weil wir den Aufbau von Parallelgesellschaften nicht dulden, sondern nur, wir wollen ja die Gene in unserem Genpool drin haben. Wir wollen ja, dass die afrikanischen Gene unsere Gene befruchten sozusagen, während die Nazis diese völlig antinaturwissenschaftliche Vorstellung haben und hatten, dass man irgendwie eine Reinheit irgendwie der deutschen Rasse erhalten müsse, was völliger biologischer Unsinn ist, weil das zu einer Verarmung der genetischen Vielfalt führt, die immer nur negative Ergebnisse hat in der Evolution. Also freuen wir uns über die afrikanischen Medizinwissenschaftlerinnen, die zu uns, oder Gesundheitswissenschaftlerinnen, die zu uns kommen, die uns mit ihren neuen Ideen befruchten, die uns mit ihren neuen Genen befruchten. Aber sobald ein Kind von einem Vater ist, der Migrationshintergrund hat, dann müssen beide, alle drei, Kind, Mutter und Vater, wenn der Vater identifizierbar sein sollte, Deutschland sofort verlassen, denn wir dulden keine Parallelgesellschaften. Wir können auch mit dem Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich allen, die also sozusagen allen Parallelgesellschaftsmitgliedern in Deutschland, deren Staatsbürgerschaft wieder abkaufen und dadurch haben wir ein Deutschland, das frei ist von Parallelgesellschaften und aber Zuwanderer aus aller Welt hat, sozusagen aus Schwarzafrika, aus überall aus der Welt Zuwanderung haben, aus China und so weiter, aber nur von Menschen, die unsere Kultur lieben, die dort sich ihre Liebespartner suchen, bei Liebespartnern sich suchen, die keinen Migrationshintergrund haben, sodass die, wir eine genetische Durchmischung erfahren, die uns hilfreich ist, sozusagen und ja, das, das ist gut, also daraus entstehen aber dann keinerlei Parallelgesellschaften, den Parallelgesellschaften, die bisher existieren, den kaufen wir die Staatsbürgerschaften ab und dadurch haben wir dann ein Parallelgesellschaften freies Deutschland und dann ja, haben wir also Zuwanderung aus Schwarzafrika, aus der gesamten Welt, kompetente Leute wandern zu uns zu, nach dem Einwanderungsgesetz, wenn sie so kompetent sind, dass sie einen guten Job angeboten kriegen, dürfen sie nach Deutschland zuwandern und dann machen wir Asylanlagen, also hier stellen sich vor, hier das Rote hier, das wäre das Krisengebiet, das wäre jetzt Syrien, dann baut Deutschland hier zum Beispiel hier eine Asylanlage für 83 Menschen, weil 83 Millionen Bürger, 83 Menschen und dann baut hier die USA oder so, die hier die USA eine Asylanlage und wenn das 300 Millionen Menschen wären, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl der USA, 300 Millionen Menschen, dann machen sie, schaffen sie 300 Plätze sozusagen und wenn dann alle anderen Staaten, alle reichen anderen Staaten rund um Syrien ihre Asylanlagen aufgemacht haben und die entsprechende Zahl an Plätzen geschaffen haben, immer passend zur Millionenzahl, dann geht Deutschland einen Schritt weiter und sagt, jetzt machen wir noch mal 83 Millionen Plätze auf in der Asylanlage und so geht es dann immer weiter und die USA macht dann wieder 300 Plätze in ihrer Asylanlage auf und so geht das immer weiter, sodass Deutschland immer mehr leistet für Flüchtlingshilfe als andere, aber es gibt dann von diesen Asylanlagen keinen Weg weder nach USA noch nach Deutschland noch nach irgendwo anders hin, sondern die Asylanlagen sind Sackgassen. Da geht man rein, Sackgassenbahnhof und geht dann wieder zurück ins Heimatland Syrien, ja, also nach in die Asylanlage rein und wieder zurück. Mehr anderen Weg gibt das nicht und der Lebensstandard in der Asylanlage darf auch nur auf dem Level von Syrien sein, sonst kommt es ja zu Anziehungseffekten, dass die Leute nur nach in die Asylanlage gehen, obwohl sie gar nicht bedroht sind, einfach nur, weil man dort einen höheren Lebensstandard hat. Also muss der Lebensstandard in jeder Asylanlage hier der reichen Länder muss immer auf dem Level von Syrien sein, ja, und auf keinen Fall höher und zwar auf dem Level der armen Menschen in Syrien, ja, denn warum sollen die, die ganzen anderen Länder der Welt einen höheren Lebensstandard bieten, als man als armer Mensch in Syrien so hat, ne, und, und dann ist es so, dass es in dieser, in diesen Asylanlagen der USA zum Beispiel gibt es dann eine kleine Einwanderungsabteilung, genauso hier in der Deutschen, wo man dann über Online-Konferenzen versuchen kann, Arbeitgeber zu finden und wenn man hochkompetent ist, wie die nette afrikanische Gesundheitswissenschaftlerin, ja, dann kann man, dann kriegt man da einen Job und kann dann nach Deutschland einwandern und da freuen wir uns drüber, denn sie wird dann Kinder haben mit jemandem ohne Migrationshintergrund, es entsteht keine Parallelgesellschaft und hier mit dem, was ich jetzt gesagt habe, mit dieser echten linken Politik, mit dem linken Schwerpunkt, mein Neugeborenes, mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir mit dieser neuen Politik sozusagen und dass wir es ganz leicht machen, dass Frauen es paradiesisch leicht gemacht werden, die Arbeiten parallel, also Frauen, also Arbeit und Kinderkriegen zu verbinden, das habe ich ja schon oft erklärt, wie wir das paradiesisch leicht machen, dass dadurch kriegen wir dann eine gesunde Gesellschaft und sozusagen und wenn dann Deutschland noch pazifistisch-defensiv wird und Hightech-mäßig in der Lage ist, sich zwar zu wehren gegen alle Angriffe, aber nicht mehr in der Lage ist, jemand anderen anzugreifen, dann können auch die Nachbarstaaten alle abrüsten, dann können wir alle abrüsten auf aller Welt, dann werden wir wieder pazifistisch leben und ja, dann haben wir wieder einen guten Zustand. und ja, dann gehe ich jetzt mal weiter hier so, ich sage mal noch was zu den verschiedenen Bildern. Ja, achso, das war der Vortrag bei dem Wahrheitskongress. Ja, hier, einer der vorteilbringenden Irrtümer der NGOs und der Sozialsparten, also NGOs, und Sozialsparten haben gewisse Verwandtschaften, ja, ein vorteilbringender Irrtum ist, ja, es gibt zwar Gene, die dafür sorgen, dass manche Menschen als Erwachsene nur 1,35 m groß sind und manche 2,35 m groß sind als Erwachsene, aber nein, das gilt natürlich nicht für Gehirne, denn die Gehirne sind alle gleich groß, also quasi hier ein völlig antinaturwissenschaftliches Bild, das wird weggeleugnet, der Irrtum besteht daraus, dass man nicht erkennt, dass unsere Urgroßeltern vor 4 Millionen Jahren ja ungefähr ein halbes Liter, einen halben Liter, also ein Fiat 500 Motor im Kopf hatten sozusagen und wir heute 1,35 Liter Hubraum haben und möglicherweise sogar schon mal 1,500 Milliliter im Hubraum im Durchschnitt hatten und dass die kleinsten Gehirne ungefähr 1 Liter und die größten Gehirne 2 Liter haben und dass natürlich damit die Intelligenz korreliert und dass also hier ein 2 Liter Gehirn im Durchschnitt wesentlich leistungs- und innovationsfähiger ist als ein 1 Liter Gehirn, dass dieses wird in den Vorteil bringenden Irrtümern der Sozialsparten und der NGOs ich denke an die Seebrücke sozusagen wir haben Platz warum sagen die dass wir Platz haben in Deutschland weil sie ja denken dass alle Menschen egal ob sie ein kleines Gehirn oder ein großes Gehirn haben sind ja alles Genies alle sind Gold wert also können die auch ruhig alle einwandern bei uns denn dann werden wir ja alle durch diese Genies befruchtet aber was ist wenn es sich in wir nämlich volkswirtschaftlich schwerst geschädigt denn wir brauchen Kinder aus aller Welt bitteschön im 2-Liter Bereich und oder eben Kinder von unseren Frauen die eher so im 1,5 bis 2-Liter Bereich liegen und nur so können wir überleben in der Evolution ja und hier diese Links und Rechts Faschisten die sind ja fast identisch die Links und Rechts Faschisten sozusagen und die bestehen in erster Linie aus Leuten mit einem Liter Gehirn sozusagen primitiv gewaltbereit diktatorisch und dann wird es langsam hier etwas intelligenter und etwas weniger links radikal sozusagen und hier haben wir die Next Scientists for Future als die bodenständige realistische vernünftige naturwissenschaftliche evolutionsbiologische Linke hier ist sozusagen die Mitte der CDU wäre dann hier da wird das schon etwas schwarz sozusagen und hier wird es kommt es schon in den Bereich mit dem man nicht mehr reden sollte das ist dann die Werte Union der CDU da wird schon richtig rechtslastig und hier geht es dann weiter mit AfD und den anderen bräunlichen Farben sozusagen und am Ende sind wir wieder bei den Rechtsfaschisten den Nazis und so weiter und so verhält sich die Intelligenz sozusagen dazu also alles radikale kleine Gehirne alles sachliche bodenständige vernünftige logische argumentative hohe Intelligenz große Gehirne das dürfte sich so genauso verhalten ja und wie setzt man positive Anreize wie war die Formel Markt und Arbeitsteilung funktionieren es sind eine Katastrophe solange nicht positive Anreize gesetzt werden starke wie kann man aufgrund welcher Daten und welcher Messgrößen kann man positive Anreize ausschütten und definieren und ausschütten sozusagen zum Beispiel könnte das die neue Wohlfühlnoten Wahlstimme die Wohlfühlstimme sein es könnten Gesundheitsaufwand Erwartungskurven sein tatsächlicher Gesundheitsaufwand solche Daten mit denen kann man berechnen ob ein Arzt wirklich gesundheitsfördert oder ob er nur den Verkauf von Produkten fördert also völlig neuer Anreiz Ihr Hausarzt bekommt nur noch Geld wenn er Ihnen hilft dass Sie nie Krebs bekommen ja und wenn da wenn das auch noch beweisbar ist dass er wirklich in diese Richtung wirkt ne ja und dann hier Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens die Sicherheitsstimme kann dazu helfen dass also Polizisten Rechtsanwälte Staatsanwälte Richter und so weiter endlich was dafür tun dass wir nicht mehr Opfer von Straftaten werden ja und die Arbeitsämter werden belohnt kriegen dann für für jeden der in Arbeit ist kriegen sie Verdienstzuschüsse und wenn dann jeder in Arbeit ist können wir dann auch noch die Verwöhnung reduzieren denn es sind immer zwei Faktoren die zu Massenarbeitslosigkeit führen nämlich zu große Verwöhnung für Nichtarbeiten also quasi Bezahlung für Nichtarbeiten führt zu Massenarbeitslosigkeit und Nichthelfen führt zu Massenarbeitslosigkeit und wenn dann die Arbeitsämter die Leute an der Hand nehmen und denen helfen bis die einen Job haben dann werden wir null Arbeitslose haben und dann können wir das Hartz IV und das oder ein mini bedingungsloses Grundeinkommen wir können dann auf wechseln auf langsam übergehen zum Mini Hartz IV oder mini bedingungslosen Grundeinkommen wir können von mir aus ja auch in einer Region das riskieren einen volkswirtschaftlichen Abstieg riskieren indem wir dort testweise für alle ab 18 sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen lebenslänglich einführen aber nicht für deren Kinder sodass wir dann zwar vielleicht am Ende eine ruinierte Region haben aber das können wir dann vielleicht später ja wieder reparieren wenn die alle gestorben sind die das bedingungslose Grundeinkommen bekommen haben bekommt das ja dann niemand mehr und dann können wir ja sind wir wieder weg vom bedingungslosen Grundeinkommen ja und dann die Beitragsrückerstattung Sonderbelongensprämie wäre noch ein Mechanismus mit der man noch die Versicherten etwas interessierter machen könnte sich selbst für ihre eigene Gesundheit auch zu interessieren sozusagen kann man drüber nachdenken kann man drüber diskutieren und die Steuer- und Abgabenleistung kann man zum Beispiel verwenden um zum Beispiel Lehrer zu belohnen wenn sie Kinder wirklich Kindern wirklich bestmöglich helfen zu reifen sozialen Persönlichkeiten mit Führungsqualitäten mit menschlichen Qualitäten zu erziehen die ja letztendlich die dann auch von der Wirtschaft gefragt sind weil solche kreativen innovativen ideenreichen neugierigen sozialen teamfähigen Menschen solche hat man natürlich gerne im Unternehmen weil die bringen natürlich Innovationen und so weiter ja also wie gesagt immer vorsichtig sein NGOs und soziale Sparten sind voll von vorteilbringenden Irrtümern ja 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 und dann müssen wir natürlich unsere Milliardärskönige unsere Politikkönige und Journalisten Könige lieben und mit ihnen kooperieren um gemeinsam die bessere Welt zu schaffen Feindschaft ist dient am Ende nur den Waffenhändlern also Bürgerkriege Revolutionen Kriege und so weiter das dient nur den Waffenhändlern im alten System keine Feindschaft alle sind uns müssen wir als unsere Freunde betrachten die alle nur voll sind von unterschiedlichen vorteilbringenden Irrtümern natürlich gibt es ein zwei drei schwarze Schafe überall in der Welt aber die die Masse der Menschen meint es gut und steckt nur voll wir sind alle nur durchseucht von unterschiedlichen vorteilbringenden Irrtümern Killerviren des Geistes und natürlich ist es im Prinzip so dass also hier wenn ich selbst zum Arbeitsamt gehöre dann habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit größer dass ich besonders vorteilbringende Irrtümer im Kopf habe wie es reicht wenn ich mich im Sessel zurücklehne die Arbeitslosen schaffen das schon die finden auch selber einen Arbeitsplatz also dieser vorteilbringende Irrtum führt zum Nicht-Helfen zu wenig helfen seitens des Arbeitsamtes und dann ist es immer wahrscheinlich dass die Sparte in der ich selber arbeite dass ich deren vorteilbringende Irrtümer relativ stark im Kopf vertreten habe aber in meinem Kopf werden auch die vorteilbringenden Irrtümer zum Beispiel der NGOs landen und auch der anderen Sparten zum Beispiel die Medizinsparte wird mich auch infizieren sodass ich als Arbeitsamt Mitarbeiter dann auch von den parasitären Memen beziehungsweise den Killerviren des Geistes oder den vorteilbringenden Irrtümern auch der Medizinsparte infiziert werde und es wird immer so sein dass jede Sparte der Gesellschaft hier die Automobilsparte vielleicht jede Sparte immer von ihren eigenen vorteilbringenden Irrtümern dass da die Ansteckung immer am höchsten ist aber dass auch die Automobilsparten Mitarbeiter auch infiziert sind von der Medizinsparte von der Pharma Sparte und von den Sozialsparten und den NGOs Sparten ja also so müssen wir uns die Welt vorstellen ja und wenn aber wir jetzt durch positive Anreize überall die vorteilbringenden Irrtümer die parasitären Meme die Killerviren des Geistes überall aussterben lassen dann werden wir eine gesunde glückliche Welt bekommen und dann sind auch alle Weltprobleme gelöst wir sind alle pazifistisch jeder Staat der Erde lässt sich beim Weltrat beraten und lässt sich helfen wie man ein gesunder Staat wird und dann brauchen wir die Staatlichkeit Staaten könnten sich jetzt ja dann eigentlich auch irgendwann auflösen es sei denn also wenn wir mit Systemen arbeiten die keinen Staat erfordern dann könnten wir auch die Staaten weltweit auflösen dann würden wir wieder alle in solchen Kommunen leben also in unseren Gruppen leben ja unseren Gemeinschaften mehr Generationen Wohngemeinschaften von bis zu 120 Individuen circa und wenn wir aber mit solchen Daten arbeiten wollen dann brauchen wir den Staat wenigstens als zum Beispiel unser Statist unseren Bundeswahlleiter und das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden und die Statistischen Landesämter brauchen wir dann um Daten zu erheben dann brauchen wir die Staaten eigentlich nur noch am Ende um Daten zu erheben mehr nicht mehr das ist das was von Staaten noch übrig bleibt es sei denn wir wählen die setzen die positiven Anreize ohne staatliche Instanzen das geht ja mit solchen Dingen wie Krankenversicherungen und Budgetierungsmodellen Schadensersatzmodellen könnten wir auch ohne die Wohlfühlstimme also ohne eine staatliche Wahlstimme oder ohne die Sicherheitsstimme könnten wir theoretisch auch auskommen geht auch dann bräuchten wir die Staaten gar nicht mehr aber nehmen wir an wir wählen diese elegante Lösung der Wohlfühlstimme der Sicherheitsstimme Steuer- und Abgabenleistung dafür braucht man schon wenigstens Finanzämter aber die könnten ja auch regional sein naja also ich weiß nicht ob es nicht dann am Ende doch besser ist eben wenigstens den Staat als Datenerheber und als Bundeswahlleiter und so weiter zu erhalten ja also die Frage ist wollen wir alles regionalisieren und alles in kleinen Einheiten machen wie ist es dann mit der Demokratie wie ist es dann mit der Verantwortlichkeit ja wenn wir einen Staat haben Deutschland dann können wir wenigstens die Zahlen so benutzen dass also auch ein Unternehmen das am rechten Rande Deutschlands sitzt sozusagen dass sich das auch verantwortlich fühlt für die Sauberkeit der Luft und der Umwelt auch am linken Rande Deutschlands weil wir sozusagen die Verdienstzuschüsse abhängig machen können auch das Unternehmens am rechten Rande Deutschlands also wenn ich das nochmal hier als Bild zeige nehmen wir mal an also wir haben jetzt hier so hier hier wäre jetzt die rechte Landesgrenze von Deutschland und da ist ein Unternehmen und das könnte jetzt ja in Versuchung sein irgendwie ja irgendwas schmutziges zu verklappen nach dahin ja so weit weg ja aber wenn wir einen Staat haben können wir ja die Daten von hier nämlich dass dort die Menschen vergiftet werden auch anteilig klar in kleinen Anteilen zumindest als reduzierte Verdienstzuschüsse für dieses Unternehmen machen sodass dann dieses Unternehmen sich verantwortlich verhalten wird auch gegenüber diesen Teilen von Deutschland und dorthin nicht irgendwie neigen wird irgendwelchen Treckmüll oder Giftmüll zu verklappen und diese Verantwortlichkeiten für die ist es vielleicht gar nicht so schlechten Staat zu haben aber das können wir doch kontrovers diskutieren wie weit am Ende wir die Staatlichkeit ganz auflösen und alles klein regionalisieren und die positiven Anreize auf diese Weise setzen wir können ja auch darüber diskutieren ob wir Arbeitsteilung und Markt abschaffen wollen aber ob das so positiv ist dann müssen ja circa 120 Individuen da sind ja viele Kinder dabei die gar nichts leisten erst einmal da müssten ja bis zu 120 Individuen ja alles erarbeiten und herstellen was die Gruppe braucht weil wir haben ja dann keinen Tauschhandel mehr wir haben ja keinen Markt mehr dann müssen sich die Gruppenmitglieder das alles gegenseitig schenken sozusagen und die Frage ist ob denn nicht Markt und Tauschhandel am Ende doch was Positives sind wenn die positiven Anreize stimmen das ist so die große Schlüsselfrage vor der wir stehen ja das war's jetzt vielleicht soweit ja und da haben wir es nochmal hier die hier also unter Bedingung von Markt und Tauschhandel und Markt Markt und Tauschhandel ohne positive Anreize führen dazu dass sich Irrtümer als Vorteilbringend erweisen und sich dann ausbreiten in der Evolution und deswegen sind wir alle durch surchseucht von Vorteilbringenden Irrtümern von parasitären Memen von Killer Viren des Geistes Wenn wir aber positive Anreize setzen dann sterben all die Irrtümer aus und wir leben in einer Welt der Wahrheit das ist ja die einfache Formel ja insofern fasse ich nochmal zusammen also wir 2020 neue große Volkspartei also wir 2020 steht deswegen oben weil wir bis jetzt die Next Scientists for Future ja bis jetzt nur ein Orga Team von wir 2020 als externe Reformer begleiten und beraten und die Basis hat meines Wissens noch keine externen Reformer was ich für einen riesen Fehler halte weil eben die Basis alleine nur 2,6 Prozent bekommen wird so wie Michael Ballweg ungefähr und weil Promis alleine nicht reichen die bringen nur 2,6 Prozent und also Prominenz und Kompetenz Kompetenz würde noch mal 2,6 Prozent in der ersten Frühjahrswahl bringen also wir können der Basis und wir 2020 EU nur dringend anempfehlen holt euch endlich die Kompetenz ins Boot ja und zwar ja die Kompetenz das war noch mal hier das sind die externen Reformer die wir jetzt empfehlen würden nach sorgfältiger Analyse der Weltsituation braucht es eigentlich nur diese Reformer hier also Richard David Brecht kann man einladen mit dem kann man sinnvoll talken und mit ihm streiten und diskutieren kontrovers bei der Diskussion bei den Talkshows sollte dabei sein eventuell Ökonomie vor Männkeit wenn auch sehr linksradikal in vielerlei Hinsicht aus unserer Sicht jedenfalls linksradikal der berühmte volkswirt und ehemaliger 68er Professor Hans-Werner Sinn die auch etwas linksradikale aber man kann ja diskutieren schadet ja nichts Gemeinwohlökonomie Christian Felber wenn auch ein bisschen sehr linksradikal ja auch ziemlich weit links ist der gewerkschaftsnahe wirtschaftsweise Professor Achim Truger Truger Götz Werner ist eher wahrscheinlich Mitte mit dem Schuss links weil er und da kann man mit ihm über seine Vorstellungen vom bedingungslosen Grundeinkommen kontrovers diskutieren das sind wir die Next Scientists for Future vom Weltrat Bodenständige Linke das ist das was wir halt empfehlen Partei Mitte links auszurichten bodenständige Linke Professor Nico Pech naja auch Mitte links ziemlich weit links Postwachstumseconomie seine Vorstellung vom Degrowth Prof. Prof. Sucharit Back die wissenschafts- und industriekritisch seit Jahrzehnten wie eine Fernsehsendung gezeigt hat Dr. Wolfgang Wodag als linker SPDler Bodo Gut von Bewegung Blau Unternehmer Christian Zimmermann Arzt die Frau von Prof. Back die Dr. Rehanat Carina Reis Wär auch ein guter Talk Gast Prof. Harald Wallach Prof. Spitzbart die Simple Org vertreten durch Diplom Psychologe Weller und dann können die Parteien ja noch weitere munter weitere benennen dann haben wir sozusagen jetzt mal mindestens 16 Talk Gäste und wenn die nicht kommen stellen wir deren Inhalte dar und diskutieren dann über deren Inhalte ja also das war es für dieses Wort zum Sonntag also ich hoffe es ist so ein bisschen rüber gekommen es fällt mir doch schwer so diesen Gesamtblick über die Welt zu geben aber alle Weltprobleme wären gelöst die AfD würde überflüssig wie ein Kopf wir können endlich aus unserer Gesellschaft wieder dieses rechtslastige verabschieden weil wir als Linke können die Probleme der Welt die Migrationsprobleme die Parallelgesellschaft Probleme die Asylprobleme die Einwanderungsgesetz Probleme die unsere Gesellschaft hat können wir als Linke viel besser lösen als jeder AfD und dann können alle vernünftigen Leute die die AfD nur aus Verzweiflung gewählt haben weil sie eben ein Einwanderung richtiges Einwanderungsgesetz wollen weil sie die Asylprobleme vernünftig gelöst sehen wollen weil sie die Parallelgesellschaften nicht haben wollen in Deutschland und so weiter all diese vernünftigen Leute die können dann jetzt dann auch wieder Mitte links wählen also AfD aus Verzweiflung die können wieder zurück wandern zur neuen großen Volkspartei der Mitte links weil wir jetzt uns endlich um die Menschen kümmern und weil wir eben nicht sozusagen gegen unsere eigenen Bürger arbeiten wie das bisher geschehen ist denn wir müssen uns klar sein Sozialsparten und NGO Sparten arbeiten grundsätzlich immer gegen unsere eigenen Bürger und da wir das ja dann nicht mehr zulassen weil wir die vorteil bringenden Irrtümer der Sozialsparten und der NGOs und der Medizinsparten und so weiter all dieser Sparten die gegen unsere Bürger arbeiten die lassen wir aussterben die Irrtümer die parasitären Memer die Kinder Viren des Geistes lassen wir aussterben und dann leben wir in einer Welt der Wahrheit und das tausendmal glücklicher tausendmal gesünder tausendmal länger und tausendmal reicher werden alle sein und ja bitte wählt das und engagiert euch nur noch dafür und hört auf über alle möglichen Reizthemen emotionaler Art zu diskutieren das bringt gar nichts es geht nur noch darum dass wir jetzt vorankommen und zwar lösungsorientiert und das heißt regieren im Herbst mit regieren tschüssi das war's bis bald